Was du brauchst für die Vault ist, ist irgendwo in der Parkinglot. Schau es, bevor du deinen Takedown machst. Dann kannst du das Vault schaust. Schau für Kameras und Bank-Employees. Mach dein Haus, bevor du in die Bank gehst. Und erinnerst, Cash ist King. Gamer. Sagen wir Gamer, das klingt in Ordnung. Ja. Die Pints sind dann... Ich bin zwar traurig, dass du meinen Namen nicht aussprechen kannst, aber okay. Ja, sorry. Keine Kamera? Natürlich sind ich, oder? Nope. Ja. Hier ist auch keine Kamera. Egal, pass auf, da oben können Wachen sein. Ja, sind auch. Mach dich halt aus. Ich hab keine Schalldämpfer-Wappen. Nice. Ich kann nicht sagen, wie viel ist. Das dachte ich mir. Mein Fault. Äh, mein Fault. Äh, nur ein kleiner, äh, ein bisschen mit den Längen. Ich könnte vorne reingehen, ich hab die Maske noch nicht aufgesetzt. Könntest du wohl, ja. Dann könnte... Aber nicht. Hey, doch jetzt! Kamera, Kamera, Kamera. So, weg. Alles gut. Wir müssen uns beinahe, uns hin, die Bullen noch, die, äh, zwischen der Kamera, wie gerade. Ja, das war ja mal richtig schön, scheiße. So sehen, das alles funktioniert. Jetzt die Frage. Jetzt ist dieser Tresorraum wieder da schön. Die Frage. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt ist die Frage. Sollen wir direkt durchraschen und die Leute an der Tresen töten? Nein, na, 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 na. Scheiße. Da hat man was gemerkt. Ja, das ist... Nimm die Tasche, nimm die Tasche. Wir müssen gleich schneller reden. Gamer, du bleibst bei... Ich glaub, hier ist... einmal... ein... Alarmknopf. Ich und Marc übernehmen die Tresen, okay? Äh, warte, ich hab aber die Tasche, gell? Ja, okay. Soll es die Gamer geben? Ja, gib sie Gamer. Da, hoher rein. Gamer, nimm sie und bewach den Alarmknopf. Okay, von mir aus können wir gehen. Reit? Ja. Los. Unter. Die Tresen, die Tresen. Fick dich doch, Scheißspiel. Tja, scheiß drauf. Ende dir immer irgendwie gleich. Okay, äh, fang an mit dem Born. Haben wir die Schlüsselkarte? Na, runter. Runter. Das ist so viel, du kannst. Wie kann man die runterzwingen? F. Bleibst du hier, du Penner. Wollt wegwenden, sorry. Ich erkenn, ATM. Okay, der Herr ist sowieso tot. Der ist auch tot. Hat die denn alle wieder getötet hier? Ja, der was schießt da schon wieder so rum, ey. Der Frick. So, dann guck mal her, die Herren hier. Und das mit dem Alarm war nicht meine Schuld. Nein. Nein, nein, passt schon. Boah, da ist jemand. Da Pistole. Hallo. Wie geht's Ihnen? Über den Haufen schießen. Über den Haufen schießen. Oh, der lebt noch. Boah, kommt der jetzt mal mit Schrotze. Was hast du für eine Schalldämpferwaffe? Ich? Ja. Ich hab einfach einen Schalldämpferwaffe bekommen und den an meine Waffe reingeklatscht. Wer macht das anders? Ja, wenn ich Schalldämpferwaffe hätte, würde ich das auch machen. Ja. Hast aber keinen Schlacht. Was bist du denn mit der Leiche da? Weiß ich nicht. Geh mal gucken. Jetzt kommt er durch den Gladen geklatscht, ey. Kann man da eigentlich auch rein, weil die Bullen hocken da ja manchmal drin. Ach nee, der hat hier außen so gesessen. Bleib beim Bohrer. Wenn du mich meinst, ich bin unterwegs, aber ich sammle gerade Munition. Okay, da ist schon mindestens schon der Ven. Okay. Ähm. Okay. Ja. Erstmal das Wort ausschalten. Das Wort kann uns im Moment am gefährlichsten werden. Ja, hier hinten sind alle weg. Kommen wir mal weiter vor. Alter, Alter. Oh, da ist jemand gewesen. Alter, warum lädt der an? Dauert nach. Alter, das kotzt du an. Das kotzt du an. Weil man nur 20 Schuss im Mund-Magazin hat. Scheiß-Waffe, ey. Es gibt keine Mitnehmen, glaube ich. Zumindest in der Dämonisch. Okay, mich jetzt erwischt. Doch bestimmt hat die Schrotchen in der Schuss. Ja, auf jeden Fall. Schrotchen hat mehr Schuss. Ja, Standard. Das war doch ein Störl. Da hinten sind Millionen, ich hab die ganze Zeit abgeschossen von irgendwo. Ach, da oben auf den... Ne, doch da oben auf den Dach. Okay, okay, okay. Ich stürm das Dach halt. ja ein freundlich ist der Karte aber muss ich mich durchführen gehen unterwegs nachdem der Schilder und verändern in Deutschland in Deutschland die Städte die Stimme die Fäße was mache ich denn der Weg in der Gestalt das Wort was ich habe geschossen dass sich sogar noch einmal weg ich habe gerade in dem haben wir seinen Helm geklaut ihr habt ihr seid es ist auch so nicht vormaus und zieht einfach mal so stumpf worden wenn man verliebt als ein Thema ab Stimmt man das so wie das Wort rein? Ey, dann tippt man das Geld so und geht so wie das Wort wieder raus, ne? Dann sollst du schon wieder da. Nein, verlass uns nicht. Wieder da, nicht weg. Ach, komm schon, lieg auf dem Dach. Komm mal bitte jemand helfen. Ja, warte. Das ist übernimmt James. Okay, komm hoch. Das übernimmt James. Nein, ich bin nicht. Okay, bin ich da. Ich bin auch wieder da. Okay, noch. Etwas mehr als eine Minute. Hier, warum kann ich mich auch mal kümmern? Alter, ich war gerade eben, äh. Ja, 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 ich war gerade eben, äh. Das ist keine Munition mehr. Ich habe nicht gemerkt, dass es keine Munition mehr hat. Ich die es einfach nur übertreiben, ey. ich habe ja bis zu 20 jahre überm Haufen die Pistole fehlt schon über Power ja ne, das ist eine Pistole Swat-Einheit, zwei Schuss schützt nicht One-Hit normalerweise aber wer weiß Swat-Einheit, zwei Schuss ja mit nem dicken Helm, man und ich gebe den nicht mal hin ich schieße den die ganze Zeit irgendwie die Beine, das ist und her und die weil es ist nicht mehr so Granaten und so was gibt denn es wird das ist jetzt fertig bevor der hier fertig ist alter Schwede 10 Sekunden fertig ein Wettbewerb alles besser ja, wir knacken, Althusser die Schmerz, sie verteidigt ich und Marc, äh, ich und Scher ich hab' Gamer knapp, das war Scher, scher, scher er fängt auf der anders Seite auf du fängst, fängst du an der komplett anders Seite Scherz komm rein doch, sie fängt was machst du denn da? naja, der meinte obwohl, schlechte Idee ist das auch nicht der, der Typ weiß was er tut hm, okay, er ist KI und so, muss er es lösen wenn er nicht weiß, wer ich von der KI ist schwer enttäuscht alter, einfach ein Schloss nach dem anderen Knacken hier war gar nichts drin oder irgendwas was ich nicht sehe, aber, okay dann nein in 10 Minuten müssen wir hier raus sein so oh fuck, Spezialeinheiten und ich hab' nur noch die Pistole ja, das reicht es reicht, wenn du genug abgehst 5.000, ich hab' ich bekommen ja, meine kleine vollautomatische hier die vollautomatische Handfeuerwaffe können wir einfach das Geld mal rausbringen das dauert lang genug okay ich nehm' mehr Geld und wär' jetzt vielleicht keine gute Idee es sind grad ziemlich viele hier draußen das geht schon also, hier und Stryker gehen los los Stryker, ich geb' dir rückendeckung ja alter, übertreib ich hab' nicht mehr viele Schuss, Mann ja, geil, ich hab' gar keinen Schuss mehr alter, fuck, die kommen jetzt hier rein der macht gar nichts ja, komm, wir haben zwei Reichen, oder? ne ja, okay, dann gehen wir vier mit, oder so, oder fünf das ist ja das ist ja ich ach, komm, alter, verdammte Scheiße, wisst du wie viel da kommen, Mann oh, fuck, ey wir können es uns vorstellen ich muss hier raus das muss hier raus oh, Gott, das steht welch in der Tür, alter, ich hab' gar keine Money mehr, alter Warte, ich helfe ihm schon. Ich helfe ihm doch schon, wie du die Tüten hast, verdammt. Alter. Ja, kein Problem. Lenk sie ab, lenk sie ab. Sie müssen auf dich schießen, nicht auf mich. Oh Gott, alter Schwede. Das ist schön, dass wir es machen. Bisschen fertig, wir haben das Bild. Rein, rein, rein. Los, 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 los. Spezialattacke. Ja, geil. Ganz knapp, ey. Aber wirklich knapp. Okay, und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye. Bye. Ja. Bye. Bye. Bye.